Ich hab die neuen Röhren in der 2 getestet. Aber du bist doch schon braun. Ey, war langweilig. Verheimlicht ihr mir was? Ich sag dir, bald bin ich auch so organisiert wie du und verdiene endlich richtiges Geld. Es ist wichtig, dass die multikulturellen Richtungen auch in der Lehrerschaft vertreten sind. Ja, klar. Wo kommen denn deine Eltern genau her? Aus Leipzig. Heide. Ivy? Ich bin deine Halbschwester, Naomi. Wir haben denselben Vater? Ich kenn ja meinen Vater nicht. Ich auch nicht. Aber jetzt hab ich dich gefunden. Ich kann dir auch noch einen Turban wickeln, wenn du willst. Die Haare muss ich nicht noch betonen. Du kannst auch unsere Kultur mit Stolz vertreten. Nigga, nigga, out, out. Schoki von Schoko. Lass dich davon nicht ärgern. Da draußen ist das Thema, wie du aussiehst, wo du herkommst und vor allem, wie man dich nennt. Will mal irgendjemand lecken? Wusstest du, dass ich ne Schwester hab? Tauschst du jetzt alles aus? Schoko gegen Keks? Freundin gegen Schwester? Komm mal, du dich um deinen eigenen Scheiß! Fick dich doch! Kann der ab? Warum sollte ich das tun? Er ist halt einfach immer im Weg. Sie taucht einfach so auf. Sie ist richtig tapf. Ich bin richtig auf die Nerven mit ihrer kleinen Art. Ich kann ja auch nicht nachvollziehen, was bei dir passiert ist. Und du? Wer bist du? 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 Du?